Musik Herzlich Willkommen bei uns in der Region Sofaos Fislaris. Ich melde mich heute wieder mit den aktuellen Top-Events der kommenden Woche. Wir befinden uns heute im Murmliwasser nahe der Mittelstation Kompadel. Das Murmeli-Wasser ist ganz bequem über die Kompadeltbahn bzw. seit heuer auch über die Alpkopfbahn erreichbar. Zahlreiche Spielestationen warten auf die Kinder und im Murmeltiergehege können sogar richtige Murmlis beobachtet werden. Kommen wir nun aber zu unseren Veranstaltungstipps dieser Woche. Am Sonntag starten wir in Ladis mit der Seeromantik unter dem Motto, die Burg brennt in die neue Woche. Ab 17.30 Uhr sorgen die Pfundskerle für beste Stimmung. Bei Einbruch der Dunkelheit startet dann die Multimedia-Show direkt am Burgweiher. Am Dienstag laden wir sie ab 17.30 Uhr zum Fest am Brunnen beim Musikpavillon in Fiss ein. Lasst euch mit Tiroler Schmankern verwöhnen und erlebt traditionelle Darbietungen sowie regionales Handwerk. Am Donnerstag findet an der Talstation der Kompadeltbahn ab 15.30 Uhr der nächste Sommerhoangert statt. Natürlich tirolerisch lautet das Motto, musikalische und kulinarische Leckerbissen warten auf euch. Auch für die Kinder wird wieder ein tolles Programm geboten. Selbstverständlich gibt es auch noch zahlreiche weitere Veranstaltungen in dieser Woche, wie zum Beispiel Theateraufführungen in Saffaus oder Fiss, Museumsführungen oder verschiedene Frühschoppenkonzerte. Diese Veranstaltungen findet ihr aber wie gewohnt in unserem Veranstaltungskalender oder auf der Homepage von Saffaus Fissladis. Ich wünsche euch nun eine schöne Urlaubswoche bei uns und viel Spaß bei den Veranstaltungen in unserer Region.